Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Retrospektive von Modellbahnfahrzeugen in der Nenngröße N. Retrospektive deswegen, weil es sich um Fahrzeuge handelt, die schon lange nicht mehr produziert werden und zwar um die legendären Klassiker von Röwer, den N-Wagen, den Silberlingen. Jetzt wird man sich fragen, wieso, da steht doch nur Minitrix und kein Röwer-Wagen oder keine Packung auf dem Tisch. Das liegt daran, dass Röwer dann die Wagen bzw. Minitrix die Formen in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre von Röwer übernommen hat, als die eben die Firma aufgeben mussten. Röwer wurde gegründet von Willi Ade. Ade ist sicherlich manchem Modellbahner, der mit H0 umgeht, ein Begriff. Und zwar hat er später dann Modelle rausgebracht, die zum einen als Bausatz und auch als Fertigmodell angeboten wurden. Ja, gut, ich möchte jetzt nicht zu sehr ausschweifen in die Geschichte von Röwer, sondern es geht ja hauptsächlich jetzt um die Silberlinge. Und die Silberlinge, die N-Wagen, kamen anfangs von Arnold das erste Mal auf den Markt. Und zwar, ich meine, im Jahr 1966. Und die sahen so aus. Man sieht, sehr stark verkürzt. Das waren die einzigen Silberlinge, die damals eben erhältlich waren. Minitrix hat es ja auch gemacht. Die hatten auch verkürzte Wagen. Allerdings waren die nicht ganz so kurz. Ich habe jetzt hier mal den 3011. Den hatte ich mal kurz da drüber oder mal so drüber gestaucht. Die waren doch schon etwas länger. Warum hat man kurze Wagen gemacht und keine langen? Man kannte es damals aus dem H0-Bereich. Das wegen der engen Modellradien der Wagenüberstand in Kurven natürlich sehr groß war. Das heißt also, der enger der Radius, desto weiter steht ein Wagen dann natürlich aus, jetzt habe ich natürlich keine Kurve da, aus dem Bogen heraus. Und ja, er würde dann quasi, man dürfte nicht so dicht an die Strecke bauen. Und desto kürzer der Wagen, desto weniger steht er halt dann im Kurvenbereich über das Gleis. Ja, und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum eben Arnold dann die kurzen Wagen herausgebracht hat. Das ist jetzt ein A-B-N-Wagen. Der hat aber dann anstatt fünf hat er in der Mitte auch nur vier Fenster im Erste-Klasse-Abteilbereich. Aber das eine Fenster macht natürlich jetzt die Länge des Wagens nicht aus. Das wurde alles sehr stark eben zusammengedrückt. Ja, diese Wagen, das ist jetzt also keiner von 1966, die wurden dann bis 1969 produziert und kam halt immer wieder heraus. Zuletzt im Jahr 1995 bis 2002 kamen die dann nochmal in dieser sogenannten Hobby-Linie heraus. Das waren halt so einfache Schachteln mit einem Plastik-Inlet drin, wo dann eben die Wagen drin gelegen haben. Das war jetzt ein anderer, das war jetzt glaube ich vor einem langen Schwalbacher, der Karton. Aber so wurden eben dann die Wagen in den 90er Jahren nochmal im Hobby-Sortiment vertrieben. Man sieht auch, dass die Nummer, die Wagen-Nummer, unterhalb des DB-Kekses sehr groß ausgeführt ist, im Gegensatz dann zu anderen Wagen. Es wirkt also alles doch sehr, sehr einfach. Aber gut, auch die dritte Stelle sind, also der Achsabstand ist sehr gering gehalten. Ja, das war die Möglichkeit, die man hatte, wenn man dann eben ein paar N-Wagen oder ein paar Silberlinge auf seiner Modellbahn haben wollte, bis dann Rolver kam. Und dann sah die Sache schon so aus. Es waren, wie man sehen kann, lange Wagen. Die wurden dann produziert ab 1969. Von 1969 bis eben 1972. Und ich weiß nicht, ob es da angelegen hat, dass die Firma Röwer dann den Modellbahnmarkt etwas bzw. die Modellbahner damals etwas überfordert haben. Denn sie stachen mit einer sehr großen Detailtreue hervor, die bis dato in dem Bereich, selbst in einem Nullbereich, nicht bei den großen Herstellern, bei den großen Serienherstellern nicht gegeben war. Röwer hatte für Tricks gearbeitet bzw. hatten für die Modelle angefertigt. Tricks hat sich noch zu sehr, zu lange auf die Metallversionen der Wagen konzentriert, also dass der Wagenkasten auch aus Metall gefertigt war, auf die Blechkästen, die gut aussahen. Aber eben andere Herstellern wie Märklin und Fleischmann im Nullbereich, die gingen dann schon auf Kunststoffspritzguss über. Und da Herr Ade eben in dem Bereich ein sehr großer Spezialist war, ein Könner war, wurde er dann halt herangezogen und hat dann für Tricks eben die Wagen gefertigt und auch konstruiert, also die Werkzeuge dafür konstruiert. Ja, und dann wurde halt das Sortiment selbst im eigenen Hause, weil es immer so ein bisschen Reibereien gab. Herr Ade wollte ganz gerne, dass die Wagen auch eine Länge von im Maßstab eben von 1 zu 87 im Nullbereich haben. Das heißt also lange Wagen, so wie sie es in N auch haben. Da sind die Wagen halt auch im Maßstab 1 zu 160 dann von der Länge her gefertigt. Und die Modellernhersteller sind halt mehr auf die kurzen Wagen gegangen wegen der Modellradien. Und da wollte sich wohl Tricks, wie man lesen kann, eben nicht von überzeugen lassen oder die Geschäftsleitung eben nicht so ganz von überzeugen lassen. Und es gab halt immer wieder so ein paar kleine Reibereien, weil eben Herr Ade doch ein Perfektionist, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ein Vorbildliebhaber war. Also wirklich dann, weil es sich auch besser aussieht, halt so einen längeren Wagen dann eben auf der Eisenbahn fahren zu haben. Gerade dann bei längeren, geraden Strecken. Da wirkt es wirklich toll, wenn halt diese schönen, schlanken, langen Fahrzeuge unterwegs sind. Ja, er hat dann selber angefangen zu produzieren, kam aber dann nicht mehr in das Segment wohl rein. Konnte deswegen nicht Fuß fassen. Weil eben Märklin Fleischmann Tricks dann eben schon den Fuß in der Tür hatte. In kleinen Läden war er dann halt vertreten, wie es jetzt auch noch ist mit Kleinserienherstellern. Aber ja, die fahren halt noch weiter hinten. Und die Markennamen kennt man halt. Die brauchen kaum noch Werbung machen. Und die Kleinen müssen halt auch, haben gar nicht den Werbeetat, um halt auch dann sich präsentieren zu können am Markt, am POS und auch auf Messen. Und deswegen ist natürlich auch bei Kleinserienherstellern dann so. Der Preisunterschied ist natürlich auch eine Sache. Desto mehr ich fertige, desto teurer, desto mehr ich fertige, desto günstiger kann ich natürlich ein Produkt anbieten, weil sich auch die Kosten von Werbung, von Vorlagenerstellung, von Recherche, von Werkzeugkosten, alles wiederum dann schneller amortisiert auf eine größere Auswahl an Produkten, beziehungsweise an eine größere Stückzahl an Produkten, beziehungsweise des Produktes. Ja, aber das ist eben nicht alles bei den Wagen. Ich habe den jetzt mal gegengehalten gegen den aktuellen Pico, den ich jetzt blöderweise gar nicht auf dem Tisch stehen habe. Da muss ich dann gleich nochmal aufstehen und den holen. Habe den mal dagegen gehalten, beziehungsweise zusammen eingescannt. Ich habe da an dem Scan nicht großartig was verändert. Ich habe die Wagen noch ein bisschen ausgerichtet, also dass sie wirklich horizontal stehen und eine Wagen-Seite dann ausgerichtet, um zu gucken, wie ist das dann von der Länge her und wie liegen denn auch die Türen und die Fenster übereinander. Und es ist überraschend, was damals auch schon für eine Präzision an Tag gelegt wurde, beziehungsweise was für eine Detailgenauigkeit vorhanden war. Denn wie man an dem Bild erkennen kann, wenn ich jetzt die Linien einblende, da ist kaum ein Unterschied. Das ist wirklich eins zu eins. Also die Wagen, die sind jetzt über 50 Jahre alt, ist dieser Entwurf, ist diese Konstruktion. Und den einzigen Unterschied, den man quasi auf dem Bild erkennen kann, ist im Bereich der Außenfenster, dass da eine kleine Abweichung existiert. Aber ansonsten Mittelfenster und auch, wie man sehen konnte, an den Türen ist wirklich das Ganze in der Flucht. Es könnte ein Wagen, sondern eine Konstruktion von eben heute aktuell sein und nicht eine Konstruktion, die seit 50 Jahren existiert und die seitdem, wie gesagt, nie wieder erreicht wurde. Die Nachfolgemodelle, soweit mir von Tricks halt bekannt ist, denn wie gesagt, der Entwurf ist von Röwer, aber dann bis Mitte der 80er Jahre von Tricks halt dann produziert, ist nicht erreicht worden. Beziehungsweise hat sich dann selbst bei Tricks die Höhe der Wagen auch wieder verändert. Wahrscheinlich, um sie anzupassen an ihre aktuellen Wagen. Ja, dann möchte ich jetzt einfach mal den von Pico einfach mal daneben halten, um das eben noch mal zu zeigen von der Höhe her. Jetzt haben wir ja die Flucht gesehen gehabt. Ich habe jetzt die normale Kupplung angebaut, denn das Einzige, was bei den Wagen halt fehlt, ist die Kurzkupplung. Die gab es damals halt noch nicht. Die wurde erst Anfang der 90er, in der 80er, Anfang der 90er Jahre eingeführt. Die Sache mit der Kinematik, Rocco hat zwar vorher schon experimentiert mit Kurzkupplung, wo es auch schon möglich war, Wagenengel zusammenzusetzen, aber mit der ganzen Kinematik, das kam her, wie gesagt, erst Ende 80er, Anfang der 90er. Ja, und was man sieht, ist eine Linie. Ich halte gleich mal noch andere Wagen daneben. Hier stimmt wirklich die Flucht komplett überein. Selbst die Faltenberg, äh, die, ich sag mal Faltenberg, das ist irgendwie, ja, ein Problem, wie meine Links- und Rechtsschwäche. Ähm, die Gummiewülste, die sind höchstens in der, was ich eben von oben sehen konnte, halt in der Breite noch ein bisschen unterschiedlich. So, den erst mal wieder eingepackt. Ja. Und, gut, den hatte ich ja schon mal davor gehalten. Das ist für mich jetzt doch mal die Minitrix-Konstruktion, die 3011, die jetzt gleich auf die Gleise rollt. Ja. Und selbst da sieht man einen Unterschied. Ja, also wir haben jetzt hier den, den Röber von 1969 und dann den Minitrix, äh, 3011 von, auch von 1969, aber eine ganz andere Höhe. Also die beiden Wagen konnte man so gesehen, äh, konnte man schon unterscheiden. Selbst wenn die in getrennten Zügen im Bahnhofsbereich gestanden haben, natürlich durch die Länge, aber diese Wagen gab es ja dann später auch in Lang. Hat sich da noch irgendwas geändert? Nein. Kurz mal zu den Details. Was bei den Röbers auffällt, sie haben eine getrennt von der Außenhülle, äh, aufgebaute Inneneinrichtung. Das heißt, es ist ein extra Bauteil. Und die Fenster sind eingesetzt. Das war damals zu der Zeit auch nicht üblich, dass die, dass die Fenster eingesetzt waren. Da wurde es noch etwas anders drin gelöst. Ich habe jetzt mal den, äh, 3131. Der kam von Minitrix, ähm, ja, ich meine, 78 heraus. 31, äh, 77. Ja, ich habe hier einen Zettel. Da gucke ich ab und zu mal drauf. Ähm, 77 bis 85 wurde er produziert. Also eine ganze Zeit nach dieser Konstruktion und in der Höhe her deutliche Unterschiede, äh, Gummiewulst, äh, Dach, Oberkante. Und auch diese Wagen hatten selbst Ende der 70er Jahre immer noch die hinterlegten Fenster. Also die Fensterrahmen waren quasi mit am Werkzeug dran und wurden dann, ja, überlackiert. Und waren natürlich auch anfällig gegen, dass sich die Farbe da durchs Anfassen natürlich dann auch wieder so ein bisschen abgribbelt. Dann machen wir mal weiter. Hat sich dann irgendwas geändert? Ne, die Wagen existierten ja immer noch. Dann gucke ich mal, wie das aussieht. Hat Minitrix dann vielleicht mal angefangen, seine Wagen tiefer zu legen. Und zwar mit dem doch 13.371 von 1990 bis 2001 wurde er produziert. Da gibt es auch einen sehr schönen Bericht. Jetzt habe ich hier nur die Fleischmaßküpplung dran, macht aber nichts. Man sieht aber die Höhe. Ein sehr schöner Bericht aus der N-Bahn, aus der Zeitschrift, wo die Wagen halt beschrieben wurden. Ja, 1990, die dritte Ausgabe war es damals, die jemals auf den Markt gekommen ist. Da war das Magazin halt eben noch ganz neu. Hier sind komische Spuren auf dem Dach, sehe ich gerade. Das ist aber nicht so schön. Ja, aber es passt nicht wirklich so. Also das ist schon für ein Produkt, für Produkte des gleichen Herstellers, finde ich das schon immens, diesen Unterschied. Es wurde also nicht wieder weiter angepasst. Gehen wir weiter durch. Gehen wir mal zum 15794. 15794, ein Halbgepäckwagen, der kam 2007, 2008 heraus. Und da hat sich auch nichts geändert. Sie hatten auch eine gewisse Hochbeinigkeit. Nicht so stellzig wie die Fleischmänner, aber es war auch hier gegeben. Ja, und so können wir weiter fortführen. Jetzt was Aktuelles von Minitricks. Wir bleiben beim gleichen Hersteller. Die 18407, auch ein Halbgepäckwagen aus dem Jahr 2020. So, da habe ich sogar eine Kupplung dran. Normale Endkupplung. Ja. Die sind hoch. Und wie gesagt, die Röver, die waren damals von der Konstruktion. Wurde es komischerweise erreicht, dass sie schon sehr tief auf den Schienen gelegen haben und konnten trotzdem durch Radius 1 fahren. Was ja immer wieder gesagt wird, nein, sie müssen so konstruiert werden, damit die eben durch die engen Radien kommen. Oder deswegen können die Wagen nicht so schön tief gelegt werden, weil sie eben, ja, weil es manche Modellwanderer gibt, die immer noch am Radius 1 festhalten. Denn, ne, die Tagshunde, ne, macht man ja nicht. Man baut ja nicht mit Radius 1, um Gottes Willen. Ne, nur große Radien. Wer es nicht kann, wer keinen Platz hat, der soll es lassen. Heißt, ne, gibt es, die Meinung gibt es. Ja, so, also, das, jetzt sehen wir noch die Kupplung rausgepultert. Aber wie gesagt, es ist immer noch nicht so extrem, wie eben von 1970 bis heute. Das ist ein aktueller Fleischmannwagen aus dem Jahr 2018. Diese Kupplung hochgeklappt, ja. Ja, dann sieht man, da passen noch nicht mehr die Kupplungen übereinander, aber zusammen. Weil die Fleischmänner wirklich auf Schelzen laufen. Extrem hoch, hat sich nie was geändert. Seit 1970 sind die Wagen eben in dieser Höhe. Also definitiv nicht kompatibel zu anderen Fahrzeugen. Und warum ich mich jetzt nochmal, doch nochmal für die N-Wagen von Röver bzw. Minitix entschieden habe, ist einfach, weil es bislang keinen Hasenkasten gibt in Epoche 4, der mir zusagt. Es ist halt momentan so, dass, also der Hasenkasten-Steuerwagen, muss man ja zusagen. Ich mache hier nochmal, zeige ich Ihnen nochmal, ja, die sind ein bisschen lädiert. Ich habe darauf vertraut, dass die Wagen in Ordnung sind oder einigermaßen in Ordnung sind. Aber manche haben da schon irgendwelche größeren Macken. So, und dann nochmal eben den Hasenkasten. Ja, man sieht, es sind noch die alten Verpackungen von Minitrix mit den Clippern bzw. mit diesen Clips-Deckeln. So, Hasenkasten, warum heißt der so? Weil der, so, die Wagen waren ja die ersten Steuerwagen für den Wendezugbetrieb. Und, ja, es war eigentlich hinten nicht, wie der später der Karlsruher Kopf Anfang der 70er Jahre wurde, sondern es wurde hinten einfach so ein Zugführerabteil eben drangesetzt. Und, ja, mit Gepäckraum, wie man sehen kann. Aber es war halt wirklich so eine ganz stumpfe Geschichte. Und es war dann wirklich die Fahrtrichtung des Zuges, wenn der Zug dann eben dann im Wendezugbetrieb gefahren ist. Lok schob. Und, ja, so ging es dann weiter. Ein paar Details muss ich an dem Wagen noch erklären, weil, oder nochmal zeigen, da habe ich nämlich eben noch eins entdeckt, was auch lange dann, oder bei vielen Modellen dann eben auch nicht mehr aufgetreten ist. Und zwar sind das rote Linsen, nicht rot aufgemalte Punkte oder einfach nur, gibt es ja auch, dass einfach die Lampen, die leuchten, angedeutet sind, die Schlussleuchten. Und, also mit einer Kontur, aber da drin der Punkt dann auch silber ist. Ist noch nicht mal ein roter Punkt aufgemalt. Selbst die roten Punkte wirken dann irgendwie sehr störend, weil dann, Fleischmann hat es zum Beispiel gemacht, in einem sehr kräftigen hellen Rot gemacht wurden. und sie müssten, wenn, dann im ausgeschaltenen Zustand ja mehr so dunkelrot sein, wegen der Schlussscheiben, die Scheiben hier drin stecken. Aber, okay. So, das war jetzt nochmal der zweite Klasse wegen der Leuchten. Und, also, was der Herr Ade damals in den 60er Jahren geleistet hat, an Konstruktion, an Detailtreue, wie gesagt, hat 50 Jahre, über 50 Jahre gebraucht, um da wieder hinzukommen. Also, deswegen ist es wirklich erwähnenswert mit diesem Wagen. Also, bevor ich den in den Händen gehalten habe, konnte ich es auch nicht so ganz nachvollziehen, dass da so ein Riesen-Hype draus gemacht wurde. Aber, abgesehen von der Kupplung, die damals eben die Standard-N-Kupplung war, gibt es keine Alternative. Vor allem in Epoche 4-Ausführungen gibt es auch keine Alternative, wegen, eben wegen des Steuerwagens, der ja bei einem Hersteller dann noch nicht angekündigt ist. Und die Epoche 4-Version dann eben die, ich meine, dann die 4B wird. Das heißt also, die Version wird mit dem blauen Längsträger. Und das ist ja dann die Version mit dem schwarzen Längsträger und dem schwarzen DB-Keks. Und der Wagen nun mal eben unter dem Keks. Weil ja die Epoche 3 immer dann hier, da, oben, nee, da, an der Stelle, Entschuldigung, an der Stelle dann die Bezeichnung des Wagens hatte. Ja, dann würde ich mal sagen, wir schauen uns auch mal die Wagen, so wie sie jetzt sind, mit den Standard-Kupplungen dann eben mal auf der Strecke an und überzeugen uns einfach mal davon. Kommen sie durch den R1, durch den Schweinewende oder eben auch nicht. Und ich starte diesen kleinen Testkreislauf mit einer Baureihe 212, auch von Matrix, ein älteres Modell und eben den drei N-Wagen von Röver beziehungsweise dann übernommen von Minitrix, die ich ja eben schon gezeigt hatte. Natürlich auch das Ganze wieder nach Vorbild. Und zwar war dieser Zug in den 70er-Jahren zwischen Weikenried und Bad Sachse am südlichen Harzrand unterwegs. Und ich starte mal den Zug und jetzt müsste schon was... Ja, da kommt er. So, mal ganz entspannt in Ruhe da hochschippern lassen. So. Wunderbar. Und das Ganze ohne zu entgleisen, ohne irgendwie zu hakeln. Das war in den 70er-Jahren, also schon... in den 60er-Jahren sogar schon möglich, mit schön tiefen liegenden Wagen über die Modellbahnen zu schraddeln. Auch im, ja, kleinsten Radius, im R1 194 Millimeter war das möglich. Und dann schauen wir uns das Ganze mal im S-Bogen an. Vielleicht passiert ja da was, warum denn dann diese Konstruktion nicht weiterverfolgt wurde oder auch von anderen MOBA-Herstellern eben nicht übernommen wurde. Also das Ganze jetzt noch mal ganz in Ruhe durch die S-Kurve und auch da keine Vorkommnisse. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, warum eben dieses Prinzip mit den Drehgestellen eben nicht weiterverfolgt wurde, wie ich es eben schon gesagt habe, sondern dass dann darauf gesetzt wurde, eben die Räder relativ frei laufend dann zu konstruieren beziehungsweise die Drehgestelle so hoch zu bauen, die Wagen so aufzubocken. Also mir entschließt sich das Ganze jetzt nicht wirklich. Na gut, dann gibt es jetzt noch mal einen kleinen Blick, wie der Zug aus dem Tunnel kommt und danach geht es dann wieder zurück zum Besprechungstechnik. Ja, zu Beginn möchte ich ganz gerne noch ein paar Korrekturen anbringen zu Sachen, die ich vorhin erwähnt habe. Und zwar zum einen, vielleicht schneide ich da auch so ein bisschen, dass die ganz so doll auffällt. Und zwar das N-Bahn-Magazin. Da hatte ich nämlich gesagt, das Spur N-Magazin. Das liegt daran, dass ich vorher noch mal wegen der Jahreszahlen mich vergewissert habe, ob die Zahlen, die ich im Kopf habe, richtig sind. Da war ich nämlich in der Spur N-Datenbank im Netz unterwegs. Und da habe ich die Begrifflichkeiten etwas durcheinander geschmissen. Es handelte sich dabei natürlich um die Ausgabe 3 aus dem Jahr 1990 des N-Bahn-Magazins. So, das war das eine. Das andere waren die Kupplungen der Fleischmannwagen, dass die zu hoch sind. Ist Quatsch. Ich habe aus dieser Position, aus diesem Blickwinkel nicht gesehen, dass die Fleischmann-Kupplung nach oben stand und die von dem Minitrix-Silberling eben nach unten hing. Das habe ich eben noch mal, wie man da sehen kann, aufgebaut. Aber man sieht deutlich, dass die Fleischmänner eben zu hoch sind. Aber sie können kuppeln. Also sie sind schon mit anderen Wagen im Verband auf der Anlage zum Fahren. Aber eben von der Höhe her sieht das dann eben nicht ganz so schick aus. Also jetzt großartig kombinieren, eine Zugverlängerung dann eben Fleischmann-Tricks. Das haut dann eben nicht hin. Beim modernen Wagen kann das natürlich wieder anders aussehen. Aber bei den alten, wie man gesehen hat, nicht. So, jetzt mal die Schokoladenseite wieder nach vorne packen, weil, wie gesagt, die sind etwas desolat. Ich glaube, der sieht besser aus. Ja, nehmen wir den. So. Den Zug wieder komplett auf die Schienen packen. So, etwas mittig ausrichten. Jetzt ist da hinten der Aufgleise am Weg. So, dürfte es ungefähr hinkommen. Ja, und eine dritte Sache, die ist mir gerade empfallen. Ja, da muss ich gucken, wie ich mich da dann aus der Affäre ziehen. Das waren nämlich eigentlich drei Sachen, die mir aufgefallen sind. Ja, ist alles gut an den Wagen. Man hat gesehen, dass sie problemlos durch die engsten Radien fahren, obwohl die so tief liegen, obwohl heutzutage manche Modellbahnhersteller, Kleinserienhersteller immer darauf appellieren. Nein, die Wagen, die Züge sind eben nicht für kleine Radien ausgelegt. Man braucht mindestens Radius. Bei zwei, zwei ist immer noch zu klein, machen wir mal lieber Radius drei. Dann können wir auf jeden Fall da was produzieren, was dann auch modellbahntauglich ist. Also, wenn man dann, manche Fahrzeuge eignen sich so gesehen dann nur für die Vitrine, wer sie denn gerne haben möchte, aber dann nicht für kleinere Anlagen zum Fahren. Ja, finde ich immer sehr schade, aber bei denen kommt es hin. Wie gesagt, vor 50 Jahren, das kann ich immer nur wieder erwähnen, wie alt eben dann wirklich diese Konstruktion ist. Was wohl angemerkt wird, wo ein Fehler ist, dass die Klotzbremsen an den Drehgestellen fehlen. Ja, das ist natürlich fatal. Da guckt man dann auch schon mal genau hin. Nein, das ist wirklich dann, soll jetzt nicht sarkastisch sein, sondern das ist halt ein Punkt, der eben bemängelt wurde. Soll dann aber bei Minitricks geändert worden sein. Also Drehgestellte sollen angepasst worden sein, aber ich habe mal geguckt, aber bislang habe ich immer bloß Bilder gesehen, von welchen, wo sie eben immer noch fehlen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wann sie denn dann so erschienen sind. Ja, die eingesetzten Fenster, die Verstrebungen. Ich kann jetzt nur wieder von Vorteilen der Wagen reden. Achso, jetzt fällt mir auch gerade der dritte Korrektur ein. Ich erwähnte ja vorhin was. Der erste Wagen für den Wendezugbetrieb, also der Steuerwagen, erste Steuerwagen für den Wendezugbetrieb, bezog sich auf die Silberlinge, auf die N-Wagen. 1951 wurden schon die ersten Mitteleinstiegssteuerwagen produziert. Jetzt habe ich hier einen liegen gehabt, jetzt ist er wieder weg. Ja, so ist es dann halt. Nee, da. Ich habe nur etwas vergraben. So. Sahen prinzipiell genauso aus, deswegen, beziehungsweise der N-Wagen, Steuerwagen, der Silberling, wurde dann halt an den Wagen angepasst, beziehungsweise der der grüne, was jetzt der Mitteleinstiegswagen ist, diente dann so gesehen als Vorbild dann für den. Und der Begriff Hasenkasten, da habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen dann, bin ich auch ein bisschen mehr vom Thema abgekommen. Der Hasenkastenbegriff kommt daher, dass die Wagen auch so ausgelegt waren, dass man die auch in Mitte des Zuges einbauen konnte. Das heißt logischerweise war es dann kein Steuerwagen mehr. Aber man konnte dann quasi noch von einem Wagen auch zum nächsten übergehen, wegen des Übergangs, der halt vorhanden ist. Und da war dann links und rechts ein kleines Abteil. Auf der rechten Seite, wenn man dann so jetzt in Fahrtrichtung schaut, auf der rechten Seite war dann der Führerstand und weil der so eng war, nannte man das Ganze halt Hasenkasten. Also wenn man in so einem Hasenkäfig drin setzt. Daher kam dann eben dieser Begriff. Und weil es eben wirklich eine eckige Sache war und nicht, wie es nachher beim Karlsruher Kopf war, was ja der Mitteleinstiegswagen nicht bekommen hat, aber dann eben der Endwagen. Da war es natürlich dann eine ganz andere Sache. So, das auch. Ja, ich kann immer wieder bloß von, jetzt auch von Vorteilen oder Vorzügen in dieser Wagen kann ich nur erwähnen. Mal gucken, ob ich den jetzt wieder hier richtig auf die Schienen kriege. Andersrum kann ich nur draufsetzen, da ist nämlich ein Riss in der einen Seite. Ja, okay, geht, alles klar. Gut, das Fensterband mit den, was ich schon erwähnte, mit den, mit den eingesetzten Fenstern, was zu der Zeit 1969 noch nicht üblich war. Die Streben sind nicht aufgedruckt, wie es bei Atlas Givarossi der Fall war. Auch später, in den 70er Jahren wurden die Wagen noch so produziert, vielleicht sogar noch weiter. Ich habe die Sachen da jetzt nicht so verfolgt, aber wir sind die Wagen aus den 70ern bekannt und da war wirklich auch hinten bloß ein Plexiglerstreifen drin, ähnlich dann die Fenster, die Fensterrahmen mit angespritzt, gleich an den Wagenkasten, wie bei den alten Minitricksern halt auch und da war hinten bloß ein silberner Streifen draufgedruckt, aber da wurde das Teil mit dem silbernen Streifen für alles genommen, auch für Gepäckwagen und da kann man sehr schön dann durch die Lamellen der Gepäckraumtüre, dann kann man dann diesen silbernen Streifen dann erkennen und im Gegensatz zu den Silberlingen, die ja auch in den Türen die Streben hatten, war es dann auch so, dass die Türen der, die Endtüren der Wagen, egal was für einer es war, dann eben auch immer diese Streben hatten, weil wie gesagt, es war ein lackierter Streifen eben auf der Rückseite dieser Fensterscheiben, die halt bloß als flaches Teil dann hinten von hinten reingesetzt wurden und da wurde nichts angepasst. Ja, Kosten sparen, ja, aber das gehen dann vielleicht doch ein wenig zu weit. Eine zweite Sache vielleicht noch, wenn man jetzt wirklich, 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 wirklich sehr pedantisch ist, sind, man kann an den Fenstern so kleine Aussparungen erkennen, so kleine Eindrücke erkennen, man sieht also die Rundung der Fenster und dann so eine kleine eckige Geschichte, die um, das ist glaube ich noch nicht mal ein Zehntel, das ist ein halber Zehntel vielleicht, Millimeter, wo halt dieses Ding ist, das entsteht durch das Werkzeug und wir reden hier wieder, ich gehe wieder zurück, 50, über 50 Jahre zurück, heutzutage wird sowas CNC gesteuert, da ist es mit Laserabtastung möglich dann, dass die Werkzeuge dann wirklich so zusammenfahren, wie sie dann auch, dass sie halt keine Spuren hinterlassen, obwohl es immer noch natürlich bei großen Serienprodukten immer noch wiederum zu Toleranzen, zu Schwankungen eben auch kommen kann, aber wir reden da wirklich von einer Sache, die noch mechanisch ablief, wo die Einstellungen alle mechanisch waren und man muss jetzt so vorstellen, ich habe jetzt mal aus Lego, ich muss mal kurz den Wagen hier rausnehmen, das sieht man nicht, da habe ich jetzt mal eine Gussform quasi zusammengekloppt, wir haben also den, das eine Werkzeug, das günstigste Werkzeug, was man machen kann, ist so gesehen, dass jetzt bei Spritzgusswerkzeugen ist eine zweiteilige Form, ein Teil, zwei Teil, zack, und man sieht hier das Spiel und der Zwischenraum wird dann eben ausgegossen, ausgespritzt, mit dem Material, in diesem Fall eben Kunststoff, hat man jetzt aber, wie bei den Wagen, diese Fenster drin, muss da ja quasi ein Durchbruch sein, die werden ja nicht später noch reingestanzt, das wäre ja, zum einen würde, es wird halt eben nicht gemacht, darauf möchte ich jetzt gar nicht so stark eingehen, warum, dazu gibt es dann am Werkzeug sogenannte Schieber, das Werkzeug fällt rein und dann kommen die, fährt zusammen und dann werden da, wo die Fenster sind, eben Schieber angesetzt. Das Ganze muss ich euch dann so vorstellen, das liegt dann da drin und jetzt nehme ich einfach mal den Kern raus, einfach mal hier das Dach ablösen, so, ah, die Steine, die sitzen ja, kann sich mancher Nachahmer echt eine Scheibe von abschneiden, abgesehen vom Kobi, aber die kriegt man gar nicht mehr auseinander. So, das ist jetzt der Zwischenraum, da kommt der Schieber rein. Fupp, so. Wenn, man kann natürlich auch diese, diese Nase, die dann da rausguckt, die die Fenster macht, natürlich auch am Werkzeug selber schon anbauen. Ne, nur zum Beispiel an dem Kern, ne, dass es mit am Kern sitzt, aber da kann man es ja nicht in Formen. Man kriegt ja dann die Streben, beziehungsweise diese Stütze, oder diesen Stempel, nicht mehr aus den Fenstern raus. Deswegen, das Werkzeug fährt zusammen und danach kommen dann halt die, da wo Öffnungen sind, wird dann von außen rangefahren und dadurch werden sich wohl dann diese Markierungen dann eben am Wagenkasten abgezeichnet haben. Ist aber wirklich eine Sache, die auf die damalige Zeit halt zurückzuführen ist. Dass diese hundertprozentige, man sieht es wirklich bloß quasi mit der Lupe, wirklich das eben Toleranzen sind, die damals, ja, da kann man auch heute, denke ich mal, noch fast hinwegsehen. Man sieht es aber teilweise auch noch an modernen Wagen, wo dann an den Dächern, ja, hier, bei denen ist es zum Beispiel auch nicht, wo man dann hier eine Kante sieht. Ne, ich glaube, bei Fleischmann ist es so, dass auch dieser Übergang nicht ganz so sauber ist. Da sieht man also wirklich eine Übergangskante. Gut. Ansonsten, die Drucke sind gut. Ja, jetzt mal die Aufdrücke sind gut. Ich kann also an dem Wagen so gesehen nichts aussetzen, außer vielleicht an denen, die ich jetzt hier auf dem Tisch stehen habe, weil sie eben nicht die besten sind. Warum ich mich jetzt, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon erwähnt habe, dennoch für die ganz alten Wagen entschieden habe. Zum einen wollte ich mir die Konstruktion angucken, weil sie ja doch immer wieder hochgelobt werden. Und, ähm, es gibt noch kein vergleichbares Produkt auf dem Markt. Ja, der Hasenkasten selber kam bloß von Minitricks heraus. Wenn er denn in Epoche 4 ist, dann hat er bei den Neueren ein silbernes Dach erhalten. Das heißt, man hat so einen komplett silbernen Wagen. Man müsste dann quasi entweder sich einen zweiten Wagen holen, aus der Epoche 3, um das Dach umzubauen, was ich also gerade beim Steuerwagen doch für etwas kostspielig halte. Und ob man dann einen Epoche 3 Wagen mit dem Hochglanz oder Hochsilberdach dann wieder so gut verkaufen kann, ist auch fraglich. Also, man hat zumindest dann zwei Fahrzeuge, die man nimmt oder man bemalt es. Und Pinsellackierung würde ich da jetzt nicht so anwenden wollen. Airbrush würde gehen. Aber da muss man sich erst wieder ein ganzes Airbrush das holen. Da kann man sich auch gleich zwei Steuerwagen kaufen, wenn man jetzt ein vernünftiges Airbrush-System haben will. Deswegen habe ich da momentan noch Abstand davon genommen und bin jetzt erst mal auf die alten Wagen gegangen. Und ja, ich nehme sie so gesehen jetzt erst mal als Lückenfüller, bis denn dann mal Epoche 4 Fahrzeuge, Silberlinge mit schwarzem Längsträger und Hasenkasten Steuerwagen eben auf dem Markt erscheinen. Ja, ich hoffe mal, dass es dann 2023 vielleicht so sein wird, dass dann ein gewisser Hersteller eine Druckvariante herausbringt und auch gleich noch den passenden Steuerwagen in Epoche 3 und Epoche 4 dazu. Das wäre wirklich fabulös. Ja, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ja, in dem Sinn bedanke ich mich erst mal wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und es würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao. Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020